Screencasts kann man auch ganz anders machen. Ich zeige Ihnen hier einige Varianten. So könnte zum Beispiel eine Checkliste ausschauen, die Sie natürlich auch wunderbar abhaken können. Abhängig vom Hintergrund wirken auch Ihre Skizzen schon ganz anders. Es gibt unglaublich viele Ideen, die Sie verwirklichen können. Und natürlich ein süßer Hund, der geht auch immer. Auch neue Formen von Infogrammen sind denkbar. Das sind zum Beispiel 100%. Und nur 10% der Erbsen in unserem Fall sind total gesund. Das hier sind zum Beispiel ungefähr 25 Kugeln. Und wenn Sie sagen, dass 4% der Österreicher an Depressionen leiden, könnte man das beispielsweise so darstellen. Das hier ist wahrscheinlich das ultimative Bild, um Geschlechtsunterschiede in Österreich darzustellen. Ich gehe davon aus, dass ungefähr 80% der Damen sowie ungefähr 95% der Männer diese Taschen unglaublich lustig finden. tinhae was man im das war